Wo ist der Scan-Code? Keine Ahnung. Da muss aber ein Scan-Code drauf sein. Der Joghurt kostet 89 Cent, wenn Ihnen das hilft. Der Preis nützt mir beim Kassieren gar nichts. Ich brauche die Warengruppe. Die Warenuntergruppe, Warenobergruppe, Warenoberuntergruppe. Sind Sie sicher, dass der Joghurt von uns hier ist? Das ist ja so. Unsere Joghurts haben alle einen Scan-Code. Ich habe den Joghurt hinten aus dem Kühlregal genommen. Haben Sie dafür Zeugen? Ich brauche doch keine Zeugen, um hier einen Joghurt zu kaufen. Ja, Moment mal. Herr Bruchmann, die 350, bitte. Herr Bruchmann! Was ist denn jetzt los hier? Ja, dafür kann ich nun auch nichts. Der Herr hat keinen Scan-Code auf seinem Joghurt. Was ist denn los? Der Herr hat auf seinem Joghurt keinen Scan-Code und behauptet, der ist von uns hier. Was? Und dann will er ihn einfach so bezahlen. Einfach so? Und was ist mit der Warengruppe? Der Warenuntergruppe? Der Warenobergruppe? Der Warenoberuntergruppe? Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ja, Waren-Code. Hier, ich mach ihn. Ich mach ihn, das kennt gut. So. Und jetzt walten wir aus Amtes. Oh ja, 150 Kilo Hundefutter ab 3,99 macht 598,50. Wasser. Applaus Vielen Dank.